Alter, die FPS sind ja mal, also, die sind jetzt abstoßend. Endlich weiß ich wieder, wie es ist, mit 30 FPS zu spielen. Ja, du bist noch dran, ja. Ich höre nämlich, oh, Sounds nicht mehr. Ja, ich höre ich nicht mehr laufen. Ja, bloß leidet aber auch. Also, in Wirklichkeit rennt der nicht. Der fährt Skateboard. Ich glaube, ich habe hier drin was gehört. Oh, ich komme hier nicht rein. Ich hasse das. Aber die Scheibe noch davor ist. Ich bin tot. Er steht rechts hinter dem Tresen. Hab ihn. Läuft weg. Oh, da ist noch einer. Es sind zwei drin. Oh, bin tot. Beide hinter dem Tresen. Das ist einer und links ist noch einer. Okay. Ich... Oh, vier? Das waren vier Leute. Also, das war... Da war nichts mehr. Diablo ist bei mir nicht gestorben. Diablo hat bei mir gestanden und du eben auch. Ich wusste gerade nicht mehr, wer wer ist. Du standst gerade noch an deiner Pose, obwohl du tot warst. Und Diablo stand auch noch an seiner Pose, obwohl er tot war. Aber ich dachte mir auch, das ist seine... Das ist sein imaginärer Körper. Es waren keine Leichen da. Ihr seid einfach an der Stelle stehen geblieben. Ganz ehrlich. Das Replay könnt ihr euch gerne angucken. Das war absolut grenzenlos schrecklich. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Kraft, Rodger. Sechs Monate ist schon eine ganz schöne Zeit, ey. Aber Hearthstone geht, wenn ich dir das mal näher bringen soll. Kartenspielen. Du brauchst bloß einen Finger dafür. Ich höre dich, klar. Alles gut. Ich renne hinter dir her. Wollt ihr ein bisschen aus dem Fenster? Lupi-Lupi machen wir mal. Links redet was? Ne. Nur steppen. Er schießt nicht auf uns. Braus hat er geschossen. Ja, ja. Der ist hier rechts drin. Was ist denn, der schafft denn, Boy? Rücken ist Spieler, direkt vor der Nase. Ja, gerade gesehen. Er ist Pro. Hat er sich hingelegt? Ja, er ist drin. Kannst du das Tor abdecken? Welches Tor? Das Tor, wo man reinkriechen kann. Ja, ja. Ich sehe es gerade, ja. Ja? Bitte abdecken. Ich gehe mal runter und werfe einen Nate da rein. Der kommt da nämlich nicht raus, meines Wissens nach. Oh, da ist noch einer. Weiter links. Ach, scheiße. Die haben... Walter, was ist das denn für ein Winkel? Die pushen dich jetzt, ne? Der pusht dich. Der kam. Haben gehört. Echt? Du willst mich doch verarschen. Im 62 Tracer. Ja, ist ja gut. Noch einer. Eins kommt da. Ne. Ah, schade. Ah, schade. Zirkel nach. Mhm. Du kennst dich auch aus hier. Ja. Schlüssel links. Die kommen angelaufen durch. Mhm. Wo uns? Da bist du. Och, Mann. Ist noch einer? Gut. Einer ist noch auf der Straße. Den einen hab ich erschossen. Der letzte? Der letzte auf der Straße war? Ja. Okay. War das deine Flashbang? Ja. Okay, sind alle tot. Ich glaube, zwei müsste ich haben. Oh, da kann ich nicht sein. So, erstmal... Erstmal save ich den Scheiß von Doc. Ja, ich hab die Waffe schon am weglaufen. Wegschmeißen. Nee, hier kommt der Mensch rein. Hast du gerade am Anfang gefragt, Doc, bist das du? Ja, weil ich dachte, der von uns nicht da ist, der kommt da rumgelaufen. Nee, er hat ge... Achso. Nee, er hat ja gesagt, der kommt von hinten. Das hast du nicht mitgekriegt, ne? Ah, scheiße. Ähm, warte, die kann ich auch leben. Sprechen. Hast du irgendwas geladen, was... Hast du irgendwas geladen, was... Nimm diesen Max einfach mit. Oh, hinter uns kommt der Bär. Nee, was finde ich. Könnte einer kurz abdecken? Einer, der vielleicht nicht gerade looted? Wäre ganz cool. So, jetzt guck ich gerade, wo packe ich das hin? Warte mal, ich renne hier mal kurz rüber. Ich dachte, hier kommt immer so scheiß Büsche, dass irgendwie jeder durchgucken würde. Hinter uns kommen wir jetzt. Du müsst aufpassen, wo wir herkamen, da kommt auf jeden Fall definitiv was. Ich hab was gesteppen gehört. Ja, also ist der Sprung? Nee, das ist gar nicht, gar nicht springen, springen gerade. Ich bin hier. Wo seid ihr? Nee, ich bin... Ich deck dir nach hinten ab. Das ist jetzt mein Ding gerade. Ich deck mich so hinten ab, dass... Vor uns wird geschossen. Mein Rucksack. Ich würde meine Dudes halt gerne looten. Ich würde meine Dudes halt gerne looten. Hier ist jemand auf Holz. Links drin. Hier rennt wer. In der langen Straße. Ich höre ihn hinter mir. Oder bewegt sich einer von uns? Nee, nee. Nee, das ist er. Hab einen. Werde von der anderen Seite beschossen. Ich geh zurück. Alter. Blutestark. Blutestark. Ich bin jetzt im Gebäude drin. Genau wo du ihn angeschossen hast, hat er auf dich geschossen? Ja, aber von der anderen Seite. Ich habe links den erschossen und rechts hat mich angeschossen. Scav-Spieler. Könnte down sein. Gani hat einen Scav-Spieler geschossen. Okay. Alter, wie viel hält denn der aus, Mann? Tracer, mein Vater. Sind wir alle im Gebäude jetzt drin? Ich bin auf jeden Fall hier, ja. Ich stack hier kurz und komme klar. Ich weiß nicht, ob der andere da auch ein Spieler war, den ich da gerade erschossen habe, oder? Er sah so komisch aus. Kann aber auch einfach bloß schlecht equipped gewesen sein. Einer rennt hier. Nein. Einer rennt gerade. Der war gerade an den Leichen, glaube ich, dran, ne? Ja. Lass mal bitte zusammenbleiben. Ja, wir sind doch jetzt zusammen. Okay. Ich habe gerade irgendwie Leichen bewacht und da ist gegen einer, die ihnen eine Leiche anfassen wollen. Drüben ist auch einer, habe ich den erschossen. Wieso sind alle, die ihr jetzt hin? Ich bin hier hinterm Fahrzeug, links von dir. Das eine sieht aus wie ein Scav-Player. Achso. Der hier wurde auch gelootet. Ja, das ist noch eine kleine Fünferrüstung. Aber die ist kaputt. Das ist aber der Scav-Spieler, den ich gekillt habe. Okay. Der hat dich mit der Mosin angeschossen, der, der Typ hier drüben, ne? Wirklich, ja. So. Bauen wir mal auf hier, ne? Found the way. Halt Holz wieder. Holz hinter uns. Seid ihr sonst fertig, dann können wir hier an der Position weg. Wir sind ein bisschen lange hier schon. Bist du ganz hoch gelaufen? Ne, ganz, ganz hoch. Ach, der Kram ist das. Die Quest. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich das Ding wieder suchen hier, oder was? Ne, ne. Das ist das zweite Mal. Für eine andere Quest. Mit der irgendwie, dass du irgendwie einen Partyraum finden musst. Boah, sorry Leute, für die, die sich das gerade angucken müssen, ne? Das ist ja schrecklich. Willst du den letzten Panzer marken? Pff, bestimmt. Wenn das Richtung Ausgang liegt, dann sowieso. Ähm, eigentlich nicht so. Ja, dann können wir auch ein andermal. Das können wir auch ein andermal machen, wenn wir vielleicht einen besseren Spawn dafür haben, anstatt jetzt quer über die Web zu laufen. Guck, guck, so kleine Schlampe. Da, Spielaufwand, Alter. Ja. Echt gut. Ha, ha.